Flair, es wird scheißegal, ob du Respekt hast oder nicht, man. Glaubst du ernsthaft, ich such den Respekt von Leuten wie dir? Und glaubst du ernsthaft, ich kann jetzt Respekt haben, wenn du groß ankündigst, hier, kommt alle her, wer hat dein Problem? Und daraufhin sag ich, ja okay, ich komme. Fair. Aber fair 1 gegen 1, nicht mit Gruppe, Leute, bla bla bla, so fair 1 gegen 1. Ja, let's go. Und du daraufhin dich nicht traust und dann, ja, nein, Luxus bekommst du nicht, ich komme mit Leuten und wenn, dann nur mit Leuten und ich verstecke mich hinter Leuten. Wie soll man dich da respektieren? Daff Nies. Wie soll man dich da respektieren? Meine GmbH heißt Daff Nies GmbH. Ja. Wie soll man da Respekt haben? Ja, wie soll man da Respekt haben, wenn er sich so verhält so? Und das ist jetzt nur eine Ausflucht. Versucht jetzt nur daraus rauszukommen. Versucht dann nur jetzt daraus quasi zu flüchten. Fakt ist, du lügst. Und...